In 8,5-stündigen ATV und Quad-Fahrsicherheitstrainings vermittelt das ADAC-Fahrsicherheitszentrum Grevenbräuch das nötige Know-how, um das Krabbelzeug sicher auf der Straße und im Gelände zu bewegen. Es geht um die richtige Sitzposition, die Gewichtsverlagerung, das Bremsen, Lenken und Ausweichen und auch darum, wie man Kurven am besten anfährt. Die Absolventen der Kurse für ATVs und Quads beim ADAC-Fahrsicherheitszentrum Grevenbräuch fühlen sich danach sicherer im Handling ihrer Fahrzeuge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017